Ich bin im Freundeskreis, um die Lehre Bruno Grönings besser kennenzulernen und sie für mich zu prüfen und ich für meinen Teil kann jetzt nach knapp vier Jahren sagen, dass sie mich in so vielen Lebensbereichen bereichert hat und mich zum Erfolg geführt hat, dass ich viel mehr bei mir angekommen bin und dass ich eine ganz neue und tiefe Ruhe in mir kennengelernt habe. Die Lehre Bruno Grönings ist für mich wie ein Wegweiser und auch der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben und auch einem sorgfreien Leben und der schönste oder der schönste Nebeneffekt ist, dass ich hier meine allerbesten Freunde gefunden habe und wahre Freundschaft erfahren durfte und darüber bin ich sehr dankbar.